Hallo Kinderlein, ich habe hier ein kleines Schmankerl vom letzten Fight-Extreme. Der Stream war noch recht frisch, ich glaube wir waren 20 Minuten erst am Start und waren in unserem ersten Spiel und auf einmal ist folgendes passiert und ich wusste davon im Vorfeld nichts. Man achte einfach etwas auf die Subscriber-Zahl. Einen Fight, ähm, heute Abend gehe ich ein und gucke was passiert. Passt! Wie geht's dir euch? Einmal geht's super. Öh! Sei gut, da bist du verriegt! Sei gut, da warte, 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 what the fuck, hast du acht verschenkt auf einmal? Alter, Zahikusa, was ist passiert mit dir? Oh mein Gott, okay. Rick, what? Leute, was passiert hier? Rick, hast du Sinn? Hä? Warte mal kurz. Ach du, holy shit. Vielen, vielen Dank, Zahikusa und Rock, mir wird ganz heiß. Ich krieg rote Bäckchen. Ich krieg Speck. Idris. Hallo? Alter, wie sie voll geplant haben. Ich war hier meine Stimme. Ich war, ich fang an zu weinen. Alter, vielen, vielen. Leute, 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 was, was? Haha! Ne, ne. Okay, gut. Hä? Hä? Bin ich besoffen gerade? Nein, scheiße, ich kann nicht mehr spielen. Ähm. Hahaha. Alter, was ist, was? Ich, ähm, ich kann das gar nicht alles aufschreiben. Warte, erst mal die Mutter rufen. Mom, get the camera! Weil ich stehe und denke, äh, ey, Leute, ihr habt ein E-Mose freigeschaltet. Hahaha. Dankeschön. Um Gottes Willen, you got wrecked! Alter, was ist das hier gerade für ein Anschlag? Wie lange hat ihr dafür geplant? Wie lange habt ihr dafür gespart? Hallo? Schreibt mir bitte mal, schreibt mir bitte mal, was ihr alles rausgehaselt habt. Salkusa hat sieben, ne? Rick zehn. Den anderen Kram, ich hab das andere gar nicht mehr gesehen. Weil das so geht. Hahaha. Leute, vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich halt, ich hab mir ja noch nicht mal Kevlar gekauft, aber ich bin jetzt wie besoffen. Eben hatten wir es noch davon. Äh, ich kann nichts kaufen. Dass die Jünger, die da sind, die vorhanden sind, die wahnsinnig, die Härte sind einfach. Ich kann nicht mehr sprechen. Leute, was, wie, wie, äh, ist das halt, glaub ich, ja. Aber ich denke, diese, ah, ich denke, die Emotes laufen bis morgen durch. Hello? Well, ähm, hello there. Ich bin komplett geblendet. Leute, Leute, wir, wir haben zwei, 102 Abonnenten. So, Idris, ich schreib's schon auf. Warte mal. Oh mein Gott, das geht immer weiter. Ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt zwei neue Emote-Plätze. Alter, Tobi wird ausrasten, wenn ihr das hört. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich, irgendwie seid ihr auf die Idee gekommen? Also, wie, so von wegen, hey, ähm, wie, was, warum? What happened? Love ya. Leute, die Liebe ist wirklich so riesig, so enorm. Ich verschenke's ab und ich hab ein paar angeschrieben. Okay, nice, Alter, Idris. Dafür war der Headshot extra für euch jetzt. Ich hab einmal jetzt kurz richtig gespielt. Der Rest ist, ich kann mal, der Rest kann, wenn er das gar nicht garantieren. Leute, Dankeschön. Das ist wirklich Wahnsinn. Das müsst ihr bitte auch klippen, ne? Das müsst ihr absolut klippen. Und, um Gottes Willen... Ahaha, Idris, what the fuck? Leute, wie... So, eine nice Community ist wirklich Wahnsinn. Ich glaub, sowas gab's noch nie irgendwo. Das ist das Beste, was jemals auf Twitch passiert ist. Ich liebe dich. Alter, die Liebe ist wirklich... Kommt von mir auch komplett zurück an euch alle. Dankeschön. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Ich muss mir das aufschreiben. Heute, dritter, fünfter. 202 Subs. Danke. Ich hätte fast ein Mace gekillt, Alter. Da wäre ich bestimmt drauf gewesen. Um Gottes Willen. Wenn ich Subs bekomme, dann treffe ich auch ganz gut, ne? Vielen, vielen Dank. Wahnsinn. Wirklich absoluter Wahnsinn. Ja, ich höre ihn. Er geht links. Alles klar, Alter. What the fuck? Idri. Wow, Idri. Jetzt können wir wieder runter. Also noch zwei drauf. Die Idri. Oh, fuck. Die sind mir aus der Tasche gefallen. Idri, vielen, vielen Dank. Leute, Wahnsinn. Ey, wenn die Leute online kommen wieder. Wenn die Leute wieder online kommen aus ihrer Abstinenz. Also jetzt nur Prinzenrolle und Code. Die rasch da aus. Die bekommen doch jetzt auch eine Benachrichtigung. Komplett. Ich schwebe auf Wolke 800. Echt jetzt. Wirklich absoluter Wahnsinn. Ihr habt alles geklippt, oder? Noch ein Non-Stop-Star. Ist der vielleicht noch jemand auf den Fahrschein? 204. Ich schreibe es jetzt auf. Das rahm ich mir ein. Leute, da werde ich irgendwas. Ich will eh das ganze Ding hier, wisst ihr, so mit Bildern und Sachen und hin und her. Der Tag geht in die Geschichte, ey. In die Awesome-Geschichte. Der Awesome-Lust, ja? Twitch-Abrechnung wird gut diesen Monat. Sagst du. Twitch-Abrechnung wird gut diesen Monat. Ich glaube, ich schaffe mal noch ein Brot auf und drauf. Ich sag, Schatz. Und hol mal das gute Bio-Brot. Oh, vielen, vielen Dank. Ist echt... Oh! Also das ist ja schon am Lau... Rick! Nee, warte jetzt, Rick. Das ist nur ein Fehler von vorhin, ne? Rick, das hängt... Da stimmt irgendwas nicht, ne? Oder war das jetzt nochmal 10 neue? Alter, labern hin! What the fuck, Rick! Bin da, bin da, bin da. Alter, Rick, was passiert hier? Ich pack's wirklich nicht. Es sind noch Non-Subs da. Das war ja kurz. Ähm. Ich hab nicht genug Geld für was anderes. Das passt schon. Vielen, vielen Dank. Der Junge hat Knete. Ja, Rick ist reich. Das sind alle. Wer ist hier noch Non-Sub? Idris, wow. Leute, wartet kurz. Ich komm mit den Zahlen gar nicht zurecht. Idris hat noch eins und Rick noch 10 drauf. Alter, Falter, ich fang an zu schwitzen wie ein Wahnsinniger. Ich fang echt an zu schwitzen. Dann mach ich euch... Ah, scheiße! Oh mein Gott. Okay, wartet kurz. Ich muss erst mal übergeben vor Freude. Wir sind bei 215 jetzt. Leute, Leute, Leute. Leute. Ich komm nicht nach. Trabi, willkommen im Livestream. Schön, dass du da bist. Coco. Vielen, vielen Dank. Kartoffelgang. Das geht einfach weiter. X-Wort. Oh mein Gott, X-Wort. Ich mach jetzt mit Strichlisten weiter, okay? Ich mach jetzt... Weiß nicht, ich schreib die ganze Zeit die finale Zahl auf. Aber Strichlisten werden scheinbar angenehmer. Was geht ab? Pass auf. Idris, Aykusa, Rick und X-Wort. Hast dann gerade die übelsten Subs raus. Wir sind bei 215 Subs und ich... Ich... Sterbe vor... Äh... Allen. Alter. Idris! Und jetzt auf B. Fast, 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 fast. Damit wir flirten können. Ich hoffe, es kommt einfach keiner mehr von hinten. Okay, Blau, den hast du. Oh shit. Raymond. Ah! Einer von hinten, neuer Connection. Vielen, vielen Dank, Raymond. Alter, vielen, vielen Dank. Also Idris, 11, 12, 13 Subs hast du heute verschenkt. Saikusa 8, TheRick 20 und X-Wort 5. So, wir wollen jetzt keine Non-Subs mehr sehen. Sind die Zahlen richtig? Warum verlieren wir eigentlich immer gegen die letzten paar Hanselins? Alter, Rick! Rick, what the fuck? Rick, Rick, Rick! Alter, was ist... Bitsbuster. So, Bitsbuster auf jeden Fall. Der gute alte Bitsbuster. Der war letztens gerade wieder da. Rick, danke schön. Ich schreib mir das jetzt dahin. Plus 12. Ich komm nicht mehr klar. Wo... Was ist mit... Oh Gott, die Bombe geht hoch. Fuck, nein. Oh, mein Arsch. Ultra angebrannt. Patamek. Vielen, vielen Dank. Patamek kommt noch mit dazu. Zack. Lass dem Zeitwubbler bekommt Balters Kaspar. Leute. Alter, Rick. Wir sind bei 230 Subs. Ich gucke jetzt gleich nach, wie viele Sub-Emotes wir haben. Ich gucke jetzt gleich nach. Was geht denn hier ab? Habt ihr alle im Lotte gewonnen, Bitsbuster? Ja, scheinbar schon. Adrian und seine Pflaumenpflücke. Nee, what the fuck? Wisst ihr, ich war die letzten paar Tage... Ähm... Habe ich mir die Zahlen lang geschaut. Wir waren bei 140 bis 160. Und das war... Das ist der absolute Wahnsinn, ja? Und ich... Ich habe auch noch mit Berlin hinterher geschwätzt und so von wegen diesen... Ne, das ist dann diese Zeit. Da kommen halt gerade viele, aber da entsteht ein Vakuum. Sowas kann man ja nicht halten, ne? Ich... Und jetzt ist einfach das... Ich war praktisch schon im Reihen damit, dass die Zahlen jetzt sinken, ne? Dass wir so auf... Auf... Auf die 130, äh... 120 so. Und da dümpeln wir... Das ist super. Das ist absolut geil. Dass wir da wieder langsam hinkommen, ne? Gerade die letzten paar... 2, 3 Streams haben wir die 160 immer gehalten. Und ich dachte noch... Oh mein Gott! Was ist das? What the fuck? Ahaha! To the crap, man! Cephors! Vielen... Vielen Dank, Leute! Ich fang an zu... Ich verrecke hier gleich! Ja, und dann kommt einfach das... 230 Subs. 230. Das sind 100 mehr wie das, wo ich dachte... Vielleicht können wir die 130 noch ein bisschen halten. Oder so. Wie gesagt, also das ist echt Wahnsinn. Und ich dachte halt noch, dass wir bei 130, 140, 150... Alter, Patamek! What the fuck? Da geht's weiter! Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich bin, ähm... Komplett, ähm... Am... Am... Heißlaufen gerade. Was? Äh... Was? Wem... Was? Von wem bekommt ein Sub? Das waren jetzt eben von Patamek welche. Bitte absolute Ruhe. Jan ist gerade sehr konzentrat... Ha! Konzentratiert. Das ist ja auch eine Riesenehre, weil ihr mir halt einfach Geld gebt, ne? Ihr sagt, hey... Dem... Dem Bock, der da irgendwie rumtümpelt, dem gebe ich jetzt einfach... Durch, durch, durch... Be, 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 be. Kannst du ja mal ein Video mit dem Clip machen und so auf YouTube streamen. Auf jeden Fall, Leute. Das ist... Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Jetzt fehlt nur noch, dass jemand dir 100% voll macht. Was ist das? Ach so. Wow. Jetzt, äh... Fahren wir mal schön runter. Ich, äh... Sterbe heute Abend sonst live. Und das wollen wir alle nicht. Ja? Idris, Alter, wo nimmst du das alles her? Ich... Patamek, Idris, Zykusar, Rick, X-Wort, Hocken da. Ja, ja. Auch G-Force, der Geld schenkt. Alle, die mir jetzt... Alle, alle hocken da und denken sich... Der spielt... Patamek, what the fuck? Ja, ich tu dir Liebe und... Alles gut, alles gut. Alles gut. Vielen... Vielen Dank. Ich glaube, hinten ist die City. Ist da hinten... Jungs? Scheiße. Jungs, alles, was wir haben... Noch mehr Idris, what the fuck? Warte kurz. Hä? Hier, schreibt mir bitte. Peace, Maker, kannst du direkt hinten bleiben, falls B frei ist? Vielen, vielen Dank. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ne, du hast schon... Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ne. Alle, äh... Lieben Jan, Leute, danke. Ein riesiges, riesiges, riesiges Dankeschön. Gleich kommt Overtime. Girls, vielen Dank für deine Verfolgung, Monsieur. Warum habe ich eigentlich ein Vier-Monats-Badge? Äh, Drizzle. Weil du schon... Weil du schon vier Monate am Start bist, insgesamt. Die Subs sammeln sich ja. Komm mal, TS. Ich komme rein. Alter, Red Moon, was ist da los? Leute. Leute, ich bin wirklich... Es geht einfach weiter, what the fuck? Mein... Ich kann nicht aufhören zu lachen gerade. Ah. Oh. Vielen, vielen, vielen Dank. Wahnsinn, Alter. Also, Jan... Es ist echt abnormal. Jan. Ja. Ich wollte anfangs nur 8 Cups fangen. Ja, und dann hat sich so hochgeschaukelt, oder was? Jetzt sind 20 geworden. Ja, ja, wie... Also, wie... Wartet ihr jetzt die ganze Zeit auch im Teamspeaker? Habt euch dann so hochgeschaukelt, oder wie, ihr Gauner? Ja. Die aktuelle Zahl ist 249. Wir haben 255 Abo-Punkt, um Gottes Willen. So, Red Moon, auch an dich vielen, vielen Dank, alter Falter. Ich schwitze, ich schwitze echt. Und es ist noch nicht mal warm. Fucking sweaty right now. Okay, passt auf. Ihr wolltet wissen, wie viele Emote-Pretze, wie viele Emote-Pretze jetzt frei sind. Passt auf. Wir waren bei einem freien Emote-Pretze und jetzt sind es vier. Jetzt sind es vier neue Plätze, die unbelegt sind. Der Abend war echt krass. Ganz am Ende standen wir bei 251 Abonnenten. Und wir waren davor auf 170. Also, ich kann es immer noch nicht beschreiben. Es ist immer... Ich hab es ja jetzt eben bearbeitet. Es ist immer noch wie ein Rausch. Also, so... Wahnsinn. Ich kann jetzt hier einfach nur noch mal ein riesiges, riesiges Dankeschön aussprechen. Natürlich an die Schenker, aber auch an alle anderen, die ihr Abonnement einfach immer wieder verlängern. Leute, die einfach so da sind, ohne zu abonnieren. Die zuschauen, die folgen, die auch in die Videos gucken, die liken, kommentieren, pipapo. Auf Instagram und Twitter unterwegs sind. An alle, die einfach dabei sind bei dieser Community. Die auf irgendeine Art und Weise ihren, egal wie großen Teil liefern. Indem sie irgendwas machen. Vielen, vielen Dank dafür. Am 3.5.2019, beziehungsweise am 4.5.2019, da der Stream aber am 3.5. gestartet hat, würde ich sagen, zählt das halt für den Freitag oder obwohl... Es ist halt ein Freitag- und Samstag-Stream. Also, am Ende war es der 4.5., als ich den Stream ausgemacht habe. Und da hatten wir 251 Subs. Das ist einfach krass. Ich bin mir natürlich vollkommen im Klaren darüber, dass das auch wieder abnimmt. Das war jetzt eine einmalige dicke Sache. Wir haben vier Emote-Pätze freigeschaltet und jetzt fallen die auch wieder runter. Vollkommen in Ordnung, vollkommen klar und auch genau so durchdacht. Also, ne? Aber das als Peak stehen zu haben, ist wirklich enorm. Das ist was, woran wir wirklich jetzt lange knabbern können, denke ich, an dieser Zahl. Absolut krass. Das Video ist jetzt länger geworden als gedacht, weil alleine schon die Ausschnitte irgendwie über 10 Minuten geworden sind. Die ganze Sache hat sich über circa 40 bis 50 Minuten abgespielt. In diesen 40 bis 50 Minuten sind die ganze Zeit Subs oder auch eben Spenden reingekommen. Also, krass. Wirklich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Immer noch nicht. Einen riesengroßen Schmatzer. An alle. Do, Leute. Du hammers. Und davon ganz viel. Haut rein. Und dann. Und dann.